Die Rückenübung bzw. Grundübung, Mehrgelenksübung, Kreuzheben, Langhand, leider auch hier oftmals viel zu schnelle Bewegungsausführung. Dazu zu runden Rücken und dazu noch zu wenig Oberkörperarbeit, zu viel Kniearbeit, zu kurze Bewegungsabläufe außerhalb des Zielmuskelfokuses. Die korrekte Bewegungsausführung, die Stange so nahmöglich am Schienbein runterführen, ungefähr mit dem Schienbein anhalten, kurz nach oben ausstoßen und natürlich ganz klar unter Belastung ausatmen.